willkommen sturmtruppler es ist soweit mein part beginnt wir befinden uns in part 2 fähchen hat quasi durch gespielt also part ends gestaltet und jetzt tauchen wir zusammen ein und gucken mal was ist erledigt was müssen wir noch machen was blüht uns und ich habe nur 20 monate zeit muss ich wieder abgeben ich habe mir per handy stoppuhr gemacht dass ich genau weiß ab wann mal 20 minuten laufen und dann heißt es halt einfach gas geben versuche so viel zu erledigen wie geht weil wenn mal 20 minuten rum sind muss ich alles wieder weg löschen was ich geplant habe das sind bedingungen von unserer regle schaut kurz in die video beschreibung oder schaut euch folge 0 an um das besser zu verstehen gut legen wir los wir gehen rein in die game ansicht so das ist der speicherstand von fähchen ich drücke auf meiner stoppburg go und play los geht's jetzt muss ich mich erstmal umgucken was ist gemacht wie sieht es aus sie scheint sich doch rein zu baue das hier sieht aus wie lager ja lager 2 wo ist lager ends dann keine ahnung sie hat hier so ein kleiner küche bereich gemacht wir kommen uns mal auf der map um es ist ein wilder mensch auf der map ok mehr stammen uns mit den chillers für die jagd die affe abschlachter auch noch so natürlich hat sie besser auch alles löschen was sie geplant hat ganz klar ich sehe noch key die pflanzung sie hat gegen pflanzung gemacht von fenner nein noch mal nicht Wir haben die Höhe. Also benötigen wir Holz. Ich bin am Kochen. Nester Hauptberuf. Koch. Struktur. Brücke. Wir machen uns hier eine Brücke hin. Forschungstisch. Wir bauen die Forschung rein. Wir machen das weiter. Was ist das hier? Komprimierter Stahl. Okay. Sie hat es schon geschafft, dass jeder Bette hat. Das ist gut. Ja. Das ist echt gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier die Küche hin. Wir planen mal die Küche und gucken, wie weit wir kommen. Nacht ist natürlich der Killer pur. Okay, wir haben zwei Bergbauer, die hier merkeln. Ohne. Okay. 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 ok die küche scheint zu klappe naja jetzt kommt wieder holz forschung beendet batterie sehr gut dann das hier und das hier bitte weiter forschung dann vielleicht noch weiter holz machen ein verrücktes tier der affe das ist gut aus das ist das problem in dem fall stopf ich die zeit weil das muss überhaupt werden speichern weil der mod muss dann raus das geht so nicht weil dadurch wird das ein bisschen manipuliert ich meine dass wir sind ja alles in der aufnahme dass ich dann immer jetzt raus genommen und falls für ich den partner später sieht sieht so dass alles fair abgelaufen ist das ist nämlich das wichtigste bei so einem let's play wenn man sich so regler gibt dass jeder fair spiel ich habe da die zeit gestoppt sie ist gestoppt wir sind bei fast 7 minuten und ich drücke dann fortfahren sobald man dann spiel drin so passende speicher ich kann es einfach aus ich kann es einfach aus so ich drücke auf fortfahren so läuft jetzt nochmal die star wars musik ab weil ich dann einmal draus genommen habe gut jetzt ist alles im richtigen rahmen richtige story line und so weiter das läuft jetzt alles richtig das läuft jetzt alles richtig und so zurzeit die konzentration ist viel geschlaft verdammt das gehen die wieder ins zubere bett selbst ich haute turbo das nicht so viel zeit verliert wir schaffen sie die brücke noch bevor mein park zu ende ist das in die basis tragen ja die brücke wird noch was so jetzt sind die doch auch schneller über wasser ja komm noch ein Stück sehr schön wieder den schatten x die waldarbeit macht es ist ja klasse sehr cool wie der holz zusammenkommt perfekt jetzt läuft unser Auto manchmal in die Brücke nice so Rettungskapsel Nicole Nicole du bist ziemlich weit weg von unserer Basis und wir haben noch key eine Krankestation schaffe ich das noch eine Krankestation auszuhören? Schauen wir mal wir haben sehen noch vorsehen Habe ich wenn ich die Tür hier mache und ich will vielleicht Und checke, was ich da wollte, wenn da nur noch das Loch entsteht. Ja, Memo muss da einfach draht, der hebt es eben nur aus. Migranisch und Stromlicht. Das ist gut. Das sind sich dort so einfach immer überall. Vielleicht schaffen sie es so noch aus dem Macher. Wischen ist verwirrt. Nee. Oh ja, mal noch schnelles Schach. Yes. Abgeklappt. Lampart nicht funktioniert. Ich kann schon Batterie, oder? Ja. Müsste mir halt auch noch aussehen, wenn der Batterie raum. Mach nochmal nicht zu groß. Dass die Flutter so eng ist, das gefällt mir aber auch nicht. Das ist eigentlich ein antiker Schrein, wo der entdeckt, oder? Im Krankehaus, glaube ich. Supergeil. 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 Nein, 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 nein. Komm doch her. Überfall Das hat mir jetzt noch gefällt Sie greifen sofort an Ja Ja, dann komm, ran hier. Das will ich gleich wegballern. Sehr schön. Weiter auch ein. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, wir haben nur noch wenig Zeit, was zu machen. So, und dann muss ich schon wieder, ähm, abgeben, meinen Part an Fieche. Schlecht. Und das ist echt schlecht. Vielleicht habe ich jetzt noch in L-Patreon zu sitzen. Dass er wegzieht, für was der Raum ist. Und da wird nichts zu machen. Dann machen wir schnell. Wie geht das jetzt? Die Bau-Tele-Landie gerade raus. Eieieiei. Da ist mir Zeitverlust. Okay, Matrice gebaut. Jetzt haben wir noch Nacht, verdammt. Schnellere. Schnee, leer. Schnee, leer. Schnee, leer. Okay, der Raum ist ausgehoben. Alle Lampen sind gebaut. Alle Lampen sind gebaut. Nein. Mach doch den Raum fertig, verdammt. Ja, ich will das noch schnell machen. Gut. So. So, ein paar mal krankes Bild. Jetzt kann ich das. Ja, wir können das. Das ist toll. Ja, wir können das. Ja, wir können das. So, wir können das. Das ist toll. Das ist toll, das weiß ich. Ich habe das. So, wir können das. Komm, 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 komm. Ich habe noch Zeit. Ja, das ist alles. Snell, schnell, 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 schnell. Ah, gut, der ist zu. Mach die Bette fertig. Kein Witz mehr. Ja, mein Part ist gleich zu Ende. Verdammt, 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 verdammt. Naja, ich konnte Räume aushäben. Das hat noch geklappt. Vielleicht schaffen wir es noch. Was? Kein Witz. Äh, ich hab nix. Ich hab nix, ich hab nix, hab nix. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Los, los, los Nur noch Sekunde Nur noch Sekunde Und dann muss ich schon anfangen zu löschen Nur noch Sekunde Komm schon Nein Es hat mitgelagert Es ist vorbei, Pause Verdammt Muss ich eigentlich die Pfeile wegmachen? Wahrscheinlich, ne? Also, ich löschle jetzt wieder alles aus meinem Part Dass ich so einen Auftrag gab Kann ich das löschen? Ja Das hier muss weg Die Forschung Muss auch raus Wie macht man das? So Okay Somit ist alles clean Wir speichern Speichern Und schon ist sie wieder dran Viel Vergnügen Mal sehen, wie viel Fähigkeit schaffen wird Haut rein, meine Sturmtrobler Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Untertitelung des ZDF für funk, 2017